Hallo mal wieder, hello again. Heute will ich mal eine Schienenbusparade zeigen. Today I want to present a Rail Bus Parade. I hope you will enjoy. Als erstes sehen wir den Schienenstraßenbus von Modellbahnunion. First we will see the street rail bus from Modellbahnunion. The prototype of the bus was able to change between road and railroad. Ok, let's get started. Der nächste Schienenbus ist der Sylter Triebwagen. Gebaut aus einem Borgwart LKW, Zugmaschine plus einem Beiwagen als Sattelauflieger. The next car is a bus, known from the island Sylt. And it's made from a simple truck, manufactured by Borgwart. And they added a rail car, like a truck would have been configured. Ok, let's get started. Ok, it's from Prekina, the German manufacturer. Also der Modellhersteller ist Prekina. Ich glaube aktuell sind die nicht mehr neu zu haben. Ich hatte halt das Glück da aus der Bucht zu ziehen. So, dann wollen wir mal loslegen. Und der ist ohne Sound. So, als nächstes haben wir hier den Würdinger Schienenbus. Der ist schon deutlich größer als die beiden Vorgänger. Das ist ein typisches Nachkriegsfahrzeug gebaut, um Nebenstrecken am Leben zu halten. The next one is a Uerdinger Railbus, built after the war, after the big war, great war. And it's a typical railbus, made to keep small railroads alive. Ok, let's get started. Let's get started. So als nächstes haben wir hier das ostdeutsche Pendant. Der ist bekannt als Ferkeltaxe oder Blutblase. Letzteres wohl aufgrund der roten Farbgebung. Okay, the next one is the East German Pendant to the VT 98 and it's had been known as Ferkeltaxe oder Blutblase. So, jetzt kommen wir zu dem ältesten Triebwagen hier im Bunde. Das Modell stammt von Prava und das Original wurde in den frühen 30er Jahren des vorletzten Jahrhunderts gebaut. Now we come to the oldest railbus today. This one had been produced in the early 30s of the last century, 1932 I think. Okay, let's get started. Okay, let's get started. Der letzte Triebwagen stammt von REE, einem französischen Hersteller und ist auch ein französisches Modell. Das ist ein Renault Triebwagen, ein bisschen jünger als der Vorgänger, der Deutsche und ist halt vom Sound her aus sehr gut ausgestattet und mit französischem Panzer. Und ja, sehr schönes Modell auch finde ich. Okay, this one is a French product. The prototype is a Renault and the model is from REE. I think it's a very nice model, good sound. Okay, let's hear. Okay, let's hear. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.